ja halli hallo ich begrüße euch auf cloud play und wir machen jetzt einen klitzekleinen test in der cloud und zwar auf x cloud mit forza motorsport gestern habe ich ja schon mal auf der series x getestet oder eigentlich heute in der nacht 0 und 1 und jetzt schauen wir uns das ganze mal auf x cloud an und ja mal gucken wie das performt auf geforce ja reden wir nicht drüber ne da performt ja nun überhaupt nicht aber schauen wir mal vielleicht läuft das ja hier besser und die beste variante ist vielleicht gerade ja x cloud mal gucken so wir fahren mit unserem wunderbar was ist das warum habe ich hier mein auto nicht mit jetzt 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 dachte schon das lädt nicht mein schönes cloud play auto mit den form als nämlich einfach mal ein zwei ründchen im freien spiel fahren das machen jetzt einfach schnelle veranstaltung zufällig 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 machen wir alles gut so silveston schöne strecke ewig her dass die mal gefahren bin aber auf auf ehrlich gesagt gar nicht geguckt was für einstellungen jetzt gerade da sind können wir gleich machen ja können wir gleich machen ich will mal wissen dass wir eigentlich für grafik einstellung sind danke leistung ist einfach mal okay gut die x cloud kann nur leistung die hat halt nur power leistung volle ok hätte jetzt gedacht dass man da vielleicht ein bisschen mehr einstellen kann aber könnte natürlich sein dass ich das warte mal da steht er kann nur übers hauptmenü angepasst werden naja gut dann fahren jetzt erstmal leistung ich nehme alles zurück ich möchte hier nicht weiter nein 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 wir meckern gar nicht überhaupt gar nicht so gucken wir hatte meine simulation alles drinnen ok schwierigkeitsgrad hat er also übernommen schauen wir mal wunderbares auto aber ich will bitte wenn das koppelt hallo ja danke hallo wir müssen noch koppel fahren es ist ein bisserl es ist ein bisserl glatt aber auch das kriegen wir schon irgendwo hin oder auch nicht jetzt gibt es erstmal schöne strafen also das ist ja hier ok soviel zum thema wo wir können es rückspüren warum kann ich zurück spüren da war ich nicht in dem offiziellen rennen warum lass uns mal zurück spüren komme ich will alles ich will wieder auf die strecke her ja 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 da habe ich ja schon ist die baut das ist alles misst jürgen das ist alles nicht passiert so genau jetzt geht man hier auch voll auf die bremse aua kannst du mal aufwand mich zu schubsen hier vielleicht hätte ich auch vorher eine strecke nehmen sollen die vielleicht nicht ganz so aber es war ja zufällig wow 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 was du denn hier ich bin außerhalb der strecke naja ehrlich sagen ich habe den Busche jetzt noch nicht so richtig gefahren da muss ich mich erstmal dran gewöhlen bleiben hier bei Regen ey erste richtige Regenstrecke hier muss man erstmal blicken äh was wo ich bin außerhalb der strecke ja 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 ist gut ich habe es verstanden wow okay mal wieder zurück ja 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 ein perfektes rennen wird es jetzt nicht ja 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 perfekte kunst hier der schlittert wie ein ei aber wenigstens bin Platz 1 ei wie schaffe ich es eigentlich Platz 1 zu sein weil ich wahrscheinlich hier volles riesig okay so aber wurscht so eins kann man sagen es läuft super im Gegensatz zu Geforce Now gibt es ja auch keine Grafikfehler oder so nur meine Fehler und die sind gravierend okay wir cheaten uns jetzt mal einfach zu Platz 1 und dann hoffen wir mal dass die nächste Strecke vielleicht mal nicht Regen ist mal aber auch ehrlich sagen boah das war ja schon wieder mein Controller hier den ich habe diesen 0815 Billig Controller den ich hier gerade ran habe an meinen dritten Rechner der ist echt nicht ereignet dafür der fühlt sich nämlich richtig scheibe naja überhaupt nicht gut ich schwöre die zweite Runde mache ich besser so jetzt konzentrieren wir uns nochmal fangen wir mal eine perfekte Runde her im Regen naja und so war es mit der perfekten Runde schon wieder auch mal naja gut ok mal mal meine Fresse nein 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 wir wollen hier ein bisschen den Auslauf genießen hallo und da sind wir eingeschlagen gut das war es dann mit der naja mit der runde zum glück kann man hier zurück spulen so wie wir wollen das machen auch gleich mal jetzt wissen wir ja nicht dass hier eine ziemlich fette kurve kommt leute auf simulation im regen ist schon ordentlich aber gut ich bin einfach zu schnell will zu viel blöde lenken aber gleich mal alles mit hier unter boden was ist das ich sehe aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig viel kommt es eigentlich dass ich ja noch so weit er hat mein schwierigkeitsfahrt doch nicht übernommen müsste eigentlich gnadenlos hinten liegen sei denn die waren alle genauso bescheuert wie ich die strecke halt gerade naja nicht so befahrbar ist ja machen wir im platz 1 mehr oder weniger guck mal hier regen und sonne ist erstmal den regen gefahren das ist doch schon mal schön ok was nicht alles gibt hier so weiter hey aber das auto sieht dafür richtig schick aus ja leute falls ihr das haben wollt ich habe eigentlich cloud player ein wiebo chiki boink yes der tiki ist da yes 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 so muss das sein ja wie gesagt das cloud player auto das müsste man eigentlich so finden können theoretisch cloud player ein tippen aber wir können gleich mal gucken wie ich das überhaupt freigegeben habe das sollte aber normalerweise eigentlich zu finden sein guck mal ob der nächste vielleicht ein bisschen besser läuft eigentlich müsste man auch mal von außen fahren das war jetzt nicht unbedingt meine favorisierte geschichte aber man sieht ja sonst das auto nicht so aber eins ist absolut gut spielbar in der x cloud ziemlich gut kann man gar nicht meckern so stopp mal gleich bei das rennen sound ist schon geil sound ist schon mal was von sauberen rennen fahren gehört hier und schon zu schnell ich schaff's nicht was für ein amateur haft das ding naja wir dürfen nicht so aggressiv fahren aber und die bremse ist wohl nicht kommen mit der kiste nicht so wirklich klar jetzt können wir auch mal wenigstens mal gucken wie das aussieht mit vielen autos es war einfach zu schnell also ich glaube man nicht auf meine fahrkunst zu gucken die sind gerade irgendwie nicht vorhanden geht ja um den wieso ich bin hier um die wiedergabe vorzusetzen was ist jetzt los leute irgendwas ist hier gerade passiert ja jetzt muss ich das feld von hinten aufzüllen dann machen wir das jetzt mal versuchen jetzt gleich mal in der zweiten runde ein bisschen besser zu sein vielleicht endlich mal eine gute runde zu fahren dann müsste es eigentlich strafen geben aber gutes freie fahrt wahrscheinlich geht das alles deswegen der rempelt hier kommen also meine einstellungen sind übrigens wie ja okay das ist wahrscheinlich noch gar nicht da aber wie in meinem first look ist es drei vater auf 4 also etwa die hälfte der des schwierigkeitsgrads und es ist auf simulation alles jetzt immer noch hier drauf naja gut wir haben uns dumm angestellt und das andere haben eigentlich ist das vielleicht der richtige platz mal sehen dass der schicke jetzt erster nee nee komm komm dritter so wie ist es eigentlich wenn ich jetzt hier verlassen drücke machen wir mal so ja jetzt können wir hier wahrscheinlich ein bisschen tunen ich habe dann wohl 500 zur verfügung wir können die reifen verbessern das ist wahrscheinlich schon mal ganz gut ist wenn man nicht die serienreifen hat aber beim rest können wir noch nicht wirklich viel machen ballast dazugeben ähm nö schädigen wir mal okay diese seien und farbe genau meine design gucken wir mal da hätten wir das wo kann man sehen wie ich das freigegeben habe da beschreibung cloud play 9 11 ja das werden wir nachher gleich mal weiter reichen weil so müsste man das eigentlich finden noch keine likes noch keine downloads ist es öffentlich so des 1 findest versuchen wir doch mal unser eigenes design zu finden da muss ich auch die richtige taste drücken für ach vielleicht sollte man einfach nach den erstellern ok ja ok dann werden wir das mal weitergeben einfach mal nach dem ersteller suchen aber theoretisch müsste es doch auch anders gehen stichwort suchwort 1 komm mal hier mal nach team beschreibung beschreibung oder man müssen wir hier beliebig muss man hier das hier eintippen sieht so aus beliebig marke beliebig bitte geht das jetzt würde ich hier mal einfach laut theoretisch finde da mal nix okay wahrscheinlich muss man bei der beschreibung wirklich alles enttippen auch nicht okay dann findet man mich erst erst mal nur also meins nur über meinen namen das muss ich mal mit reinschreiben also falls aber das cloud play auto haben wollt dann mal nach allweil suchen das ist beiden xbox ja auch nicht mehr im besten überhaupt ja mein xbox name so so gehen wir mal zurück so und jetzt können wir mal gucken nach den einstellungen jetzt müsste ja mehr gehen ja darstellung gibt es noch ok darstellung ist dann wahrscheinlich das was hier drüben als grafik bezeichnet wird aber komischerweise hier gerade darstellung heißt naja maximale qualität bei 30 fps sorry aber auto rennen wir können es uns mal angucken aber bei 30 fps ich weiß nicht nie so Sorry. So. Rivalen. Privater Mehrspieler. Oh, das wäre auch mal witzig. Okay. Probieren wir uns einfach ein bisschen im Karrieremodus aus. So. Ja. Aber hier wollten wir ja sowieso mal Kulturelle brauchen wir nicht. Hier wollten wir sowieso Platz 1 schaffen. Da haben wir uns nämlich dumm angestellt heute in der Nacht. Die Reise eines Autos vom Showroom in den erlesenen Kreis von Siegern ist von tausenden kleiner Entscheidungen geprägt. Jede Komponente. Jedes Detail. Sorgfältig ausgewählt von grandiosen Ingenieuren, die wissen, wie man die Grenzen eines Autos sprengt. wie man die letzte Zehntelsekunde aus ihm herausholt. Dabei entsteht etwas, das ein einzigartiger Ausdruck ihrer selbst ist. Tja, würde es uns irgendwie nicht abbrechen können. Ah ja. Hier beginnt die Reise jedes Autos. Wer ein Builders Cup Champion werden will, muss der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein, ehe es am Renntag ernst wird. So, zugelassene Autos. Ich habe da schon eins. Ich würde gerne meins nehmen. ähm... 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 ein zugelassenes das Nehmer. Genau dieses. So. Der Subaru. So... Können wir eigentlich noch was tunen? Beim Tuning geht es darum, kleine Änderungen am Setup des Autos vorzunehmen und diese Intraining-Aufrichtung zu testen. Auf Stoffanlage haben wir ja eigentlich schon was. Einige Upgrade-Teile enthalten mehr Tuning-Optionen, mit denen du eine noch größere Kontrolle über die Leistung deines Autos erlangst. So. Schwungscheibe haben wir schon. Hier haben wir... Was war hier so? Das war so. Überall-Käfig. Ein bisschen weniger beschleunigen, haben aber bessere... Ah ja, gut. Das brauchen wir bei dem, glaube ich, noch nicht so richtig. Antrieb, Kupplung. Oh ja, das sieht doch schon viel besser aus. Sehr gut. Machen wir mal rein. So. Und dann bestätigen wir das. Oh, da sind wir genau bei 600. Ist doch gut. So, eine Runde fahr mal und dann macht man erst mal ein kleines Fazit. Dann muss ich nämlich mal kurz nochmal los. So, ja. Mach mal, mach mal. So. So. So, ja. Wieso schickt mir immer jetzt Nachrichten? Das irritiert mich. Also... Bisschen Ignorierung, das gerade geplankt hat. Das ersaut gerade mal eine Runde. So, und merken am dritten Rechner besseren Controller, weil der ist total schwammig. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein, ich fahre gerade nicht so besonders. Wirklich nicht am Controller. Zumindest nicht alleine. So... Aber ein kleines Fazit können wir schon machen. Ich muss sagen, also xCloud kann man richtig schön spielen. Das läuft sehr, sehr, sehr fluffig. Ich muss mal gucken, dass ich hier noch ein paar Analysegeschichten mit rein machen. Vielleicht füge ich hinten einfach mal so ein Minütchen oder zwei, drei Szenen, die ich noch aufnehme, wo man die FPS zahlen einfach mal ein bisschen sich angucken kann. Das kann man ja mal machen. Weil ich habe das Gefühl, das läuft eigentlich recht stabil. Sieht dabei auch gut aus. Also... Also... ...möglich... ...hämonisch mich an. ...hämonisch mich an. Na, das sah doch schon besser aus hier. Ich muss sagen, das Auto, das liegt mir viel besser. Vielleicht sollte ich mir das als Cloud-Play-Auto machen. Na ja, 9-11. Den muss ich mir, glaube ich, nochmal ein bisschen zu der Mythe führen. So... Was ist eigentlich die Frage? Kann ich jetzt eigentlich auch... ...schon... ...nur... Was ist eigentlich eine Strafe für? Ah, okay. Keine Strafe. Na gut, ich habe ihn ja nicht angeröntet, sondern er mich. Oh, das war nicht gut. So... Oh, schon Autostufe 12. Also geht erstaunlich schnell. Oh, 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 oh. Den habe ich vergessen. Da ging es ja gar nicht gerade aus. Na gut. Oh, ich wollte doch von außen ansicht fahren, ne? Habe ich vergessen. Äh... So... Jetzt kann ich mal hier... So... Bisschen neblig die Strecke leider. So... So... Oh, man mein Gott. Ofenschaltepunkt ist nichts heute für mich. Ha, ha, ha. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020